Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Willa Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 100, ich glaube 92, ich habe vergessen nachzugucken, ich tippe einfach auf 192 und damit kommen wir bestimmt der Wahrheit sehr sehr nah. Und wir sind etwas später dran als geplant, weil hier sich technische Wunder abgespielt haben. Aber gewohnt, nervenstark hat Kapitän Thomas das Schiff durch diese unruhige See gesteuert, hat mich beruhigt und dementsprechend sind wir jetzt dabei und sind wieder hier und könnt ihr mit uns diesen wunderschönen Podcast lauschen. Wir nehmen ihn auf, ihr lauscht. Guten Abend Thomas. Guten Abend. Wir haben festgestellt, dass unsere Aufwachzeiten heute kaum unterschiedlicher sein konnten. Wir sind, wenn ich das richtig überschlagen habe, achteinhalb Stunden versetzt zueinander aufgestanden. Und wir sagen jetzt nicht, wann wer aufgestanden ist. Aber wir sind in derselben Zeitzone. Ach du, ja, stimmt, das ist eine wichtige Information noch. Wenn ich ab und zu mal, also wenn es einen dumpfen Schlag gibt, dann bin ich mit dem Kopf auf die Tastatur aufgeknallt. Und ich wundere, das ist nicht weiter schlimm. Aber ansonsten ist der eine von uns etwas ausgeschlafener als der andere. Grundsätzlich im Leben und auch heute. Das ist, dem ist so. Ich habe dich vorher gefragt, wir könnten, aber haben wir überhaupt Themen? Und du hast gesagt, ja klar. Und dann habe ich mir noch überlegt, was meint der wohl? Und dann hast du mir den Link geschickt zur Liste und dann konnte ich ganz verschämt einen Punkt hinzutragen und war erstaunt, was sich doch alles getan hat. Ja, es gibt eine ganze Latte von Sachen, die seit der letzten Sendung passiert sind. Also wir haben ja einen Tag vor der Präsentation der Strecke der Tour de France 2018 unsere letzte Folge aufgenommen. Ja, und dann wurde ja die Strecke präsentiert mit dann doch einigen Überraschungen, wie wir sie eigentlich so nicht erwartet hätten. Und ja, rundum gesagt ist das eigentlich so, glaube ich, heute das größte Thema. Es gibt nur so zwei, drei andere Dinge. Ja, da würden wir auch anfangen. Ergänzend flankierend sozusagen. Genau. Dann lasst uns nicht lange diesen Spätabend noch später gestalten oder irgendwie so. Tour de France 2018, die Strecke. Möchten wir es im Einzelnen durchgehen oder sollen wir mal so insgesamt sie betrachten? Wie hätten Sie es gerne, Herr Goldmann? Ja, ich würde sagen, also wir gehen mal auf die Highlights ein und also erst mal so ganz grob gesagt die Einteilung, natürlich wieder viele Flachetappen, dafür ein Mannschaftszeitfahren, eine Kopfsteinpflasteretappe und die Berge kommen auch nicht zu knapp. Ja, eine sehr, sehr, sehr kurze, ich glaube eine der kürzesten Etappen, die wahrscheinlich jemals so als einzelne Etappe, aber das ist jetzt mal Zeitfahren und so Geschichten außen vorgelassen, gefahren wurde. Also eine Bergetappe mit knapp unter 70 Kilometern in den Pyrenäen und acht Fahrer nur dabei, fällt mir jetzt auch noch so ein als große Neuheit. Ja, Start in der Vendée, das stand ja jetzt schon für längere Zeit fest und dementsprechend in der Vendée geht es dann auch auf den ersten Etappen so ein Stückchen weit immer in Küstennähe entlang. Und dementsprechend sind zwar diese ersten Etappen relativ flach, sage ich jetzt mal, aber natürlich in der ersten Woche extrem hektisch und durch die Gefahr, potenzielle Gefahr von Windkanten, wird es dadurch natürlich dann munter im Feld zugehen. Und weiß ich nicht, dass ich meine, mich erinnern zu können, das gab es schon mal oder gab es jetzt längere Zeit nicht, es gibt auch unterwegs, an den Zwischensprints sozusagen. Ja genau, also das hat man sich sozusagen von der Bing-Bank-Tour abgeschaut, gibt es den sogenannten goldenen Kilometer, also sprich auf einem Kilometer drei Zwischensprints, wo jeweils, glaube ich, drei, zwei und eine Sekunde Zeitbonifikation vergeben werden. Moment, das musst du mir nochmal erklären, also das, das habe ich nicht durchschaut, verstanden. Also ein Kilometer wird genommen und auf diesem einen Kilometer gibt es drei Zwischensprints, also wahrscheinlich einen am Anfang, einen in der Mitte und einen am Ende oder so irgendwie und für jeden dieser Zwischensprints gibt es diese Zeitbonifikation. Das heißt, angenommen, ein Pfarrer würde sich fünf Kilometer vorher überlegen, ach, das wäre eine gute Idee auszureißen, könnte der sich maximal neun Sekunden rausholen. Genau, also so, so war das zumindest immer bei der Bing-Bank-Tour. Ah, okay, 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 das war mir nicht ganz klar, ich dachte, es wäre halt wie früher, ach, die Zwischensprints einfach, ne, also du holst dir einen Zwischensprint und kriegst die Punkte, aber das ist so auf einen Kilometer sozusagen zusammen. Aber ich glaube, es wird vor allem wichtig auf den Etappen, wo es vorher eine Zieldurchfahrt gibt. Hm, ah, okay, verstehe. Also wo sozusagen nochmal mit einem Rundkurs gearbeitet wird in der Hinsicht. Genau, um halt die erste Zieldurchfahrt für die Zuschauer auch attraktiver zu machen. Ja, das ist alles etwas animierter gestalten. Ja, macht durchaus Sinn, ne, ich weiß nicht, also, also ich, ich finde es immer schwierig, solche Sachen, wie soll man sagen, weißt du, so festzulegen. Wir machen jetzt einen Kilometer und dann, weißt du, die örtlichen Gegebenheiten können ja immer sehr variieren, ne, also, dass man, aber da wird man ja irgendwie einen Weg finden, dass man das so gestaltet oder dass man es, oder hoffen wir andersrum, dass es möglichst nicht so gestaltet wird, dass es auch Sinn macht in den einzelnen Fällen. Und dann, ja. Aber macht natürlich das Rennen in der ersten Woche nicht weniger hektisch, so ein Kilometer, wo dann mal alle vorne rauspreschen wollen. Ja, ja, und aber, und es wird uns an sich an Grenzen der Wahrscheinlichkeit auch nochmal deutlich schwieriger, bis sich die richtige Gruppe gefunden hat, wo man seine, seine Leute drin geschickt hat und die richtige Zusammensetzung der Gruppe, weil jetzt muss man ja noch mehr im Auge behalten, wer könnte sich da gegebenenfalls irgendwie, ja, neun Sekunden Zeitbonifikation rausholen. Es wird auch interessant, das gelbe Trikot. Es ist die Frage, ob es dann überhaupt noch Ausreißergruppen gibt, überhaupt nicht. Ja, genau. Ja, bei der Kürze der Etappen alle zugefahren werden. Also es ist ja so, dass es, gut, die, ich sag jetzt mal, erste und zweite Etappe sind mit 183 und 189 Kilometern, ja, durchschnittlich lang für eine Tour de France Etappe. Ja, aber gut, das kommt dann schon in der ersten Woche so hin, danach haben wir auf der dritten Etappe dann das Mannschaftszeitfahren und danach wirst du ja schon zumindest eine gewisse Struktur haben und gewisse Abstände auch haben, weil es ja immerhin 35 Kilometer lang ist, das Mannschaftszeitfahren. Die alte Diskussion, ist ein Mannschaftszeitfahren zeitgemäß oder nicht? Macht es Sinn oder nicht? Ist es im Rahmen einer solchen Veranstaltung sinngemäß? Macht es Sinn oder macht es nicht? Bei mir schlagen da ja immer zwei Herzen in der Brust. Ich bin es natürlich, und da bin ich sehr, sehr sicher einer Meinung, dass es unter ästhetischen Gesichtspunkten ja fast schon die Königsdisziplin ist, also von der Ästhetik, die da an den Tag gelegt wird, bei den meisten Teams zumindest, wenn sie sich nicht gegenseitig nach vorne stupsen, ohne Frage eine Augenweide. Aber es ist nun mal einerseits ein Einzelsport, andererseits ein Mannschaftssport. Wie siehst du es dieses Mal? 35 Kilometer ist ja noch überschaubar. Ich glaube, die Deckelung der Abstände gibt es nicht mehr. Nee, was heißt überschaubar? 35 Kilometer ist eigentlich eine gewaltige Distanz von Mannschaftszeitfahren. Wenn du siehst, bei der Vuelta zum Beispiel ist es ja eigentlich jetzt gang und gäbe, dass die erste Etappe immer ein Mannschaftszeitfahren ist oder die Vuelta mit einem Mannschaftszeitfahren eröffnet wird oder auch der Giro ab und an und da sind das dann in der Regel so zwischen 15 und 20 Kilometer. Also das ist schon ein ganzer Batzen und ich bin da eigentlich bei dir. Also ich sehe das als wunderbar. Also ich gucke mir das auch gerne an von der Ästhetik her. Aber es ist für mich, ich finde, es ist Wettbewerbsverzerrung, weil die Mannschaften, also eine Mannschaft mit einem großen Budget ist natürlich immer klar im Vorteil zu einer Mannschaft, die eine Wildcard jetzt zum Beispiel hat. Also da ist natürlich zum einen das Equipment zu nennen und zum anderen natürlich auch die Besetzung mit den Fahrern. Also als Team mit großem Budget habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, gezielt auch Fahrer dazu einzukaufen. Und als Team mit wenig Geld, ja, bin ich da doch irgendwo limitiert und na gut, es könnte sich natürlich eine Mannschaft aufstellen, die nur Zeitfahrer hat, aber was würde das für einen Sinn machen, wenn man dann keinen Kapitän mehr hat? Andererseits muss man ja auch sagen, die Mannschaft, also weißt du, welche Mannschaft oder andersrum, die Mannschaften, die eine Wildcard hat, würde eh nicht um den Sieg mit rumfahren. Also auch da, für die ist es nur ein anderer. Naja, aber auch sowas kann es geben. Also wenn ich mich zum Beispiel zurück erinnere, Androni, die waren mal beim Giro eingeladen 2005 und sind mit Rujano aufs Podium gefahren und der ist bis zur vorletzten Etappe um den Sieg mitgefahren. Ja, aber das sind jetzt wirklich sehr, sehr singuläre. Ja, aber es geht ja nicht nur bei diesen Mannschaften da unten los, sondern es gibt ja dann auch schon Unterschiede, beispielsweise zwischen einem Team Sky und einem Team Movie Star. Also da hat ja auch das eine Team mehr Geld als das andere und kann dementsprechend die Fahrer auch verpflichten. Klar, aber die sind ja auch dann grundsätzlich in der Position. Also ich glaube, das ist nur so ein Mosaikstein in dieser grundsätzlichen Diskussion, wie es mit Geldern und mit Mannschaftszusammenstellungen umzugehen. Also ich glaube, da manifestiert sich das vielleicht noch, also bei einem Mannschaftszeitfahren wird es am allerdeutlichsten, was sich sonst auch zeigt. Und deshalb ist es halt noch eigentlich nicht nötig gewesen, das jetzt noch zusätzlich mit reinzunehmen, weil dann hast du ja natürlich von Anfang an dann schon mal noch einen größeren Rucksack, den da irgendwie ein Quintana oder ein Lander vielleicht dann aufgeschnallt bekommen. Oder einmal Werde. Oder auch der. Ja, also ich, aber andererseits könnte man dann auch sagen, dann, das ist halt ein Bestandteil des Radsports und es wird ja auch nicht jedes Jahr oder wird es, nee, ich kann mich doch, war letztes Jahr Mannschaftszeitfahren, oder kurzes. Also andererseits kann man auch sagen, ein Team Sky wird dadurch benachteiligt, dass es auch nicht jedes Mal stattfindet. Also dann gab es das mal nicht, dann gibt es mal wieder, also so die Mischung macht es, ne, und vielleicht, es könnte sich ja auch sonst, angenommen das Mannschaftszeitfahren wäre nicht drin gewesen, sondern einfach nur eine Sprinter-Etappe. Dann würde wiederum wahrscheinlich ein Froome nicht ohne Grund sagen, hey, was ist denn dieses Jahr los mit Zeitfahren? Weil im Grunde genommen gibt es nur ein und dann auch noch welliges Zeitfahren überhaupt in dieser Tour de France. Ja, aber dafür kann er seine Mannschaft dann ja wieder anders ausrichten. Also es geht ja nicht nur um die Rolleure, sondern er kann ja dementsprechend auch bessere Bergfahrer kaufen als ein Movies. Ja, klar, hat er immer mehr Möglichkeiten, natürlich. Ja, also natürlich ist es dann nochmal spannend zu sehen in diesem, also im nächsten Jahr, denn das ist zwar schon auf der dritten Etappe ist, aber immerhin sind noch zwei Etappen davor. Und wenn jetzt dann noch bei einem Team ein oder zwei Fahrer ausscheiden, dann ist man halt nicht mehr zu acht oder zu siebt, sondern man war nur noch zu sechs vielleicht in diesem Mannschaftszeitfahren, was natürlich auch ein Faktor werden kann. Und man hat gesehen zum Beispiel jetzt beim Mannschaftszeitfahren bei der Weltmeisterschaft in Bergen, da war halt zum Schluss des Team Sky meine ich auch nur noch, ja, wirklich mit der Anzahl an Fahrern, die man auch braucht, um ins Ziel zu kommen. Und Team Sunweb hatte da noch einen Mann mehr. Wobei war das nicht, also ich weiß, bei den Damen war das nämlich noch die Diskussion, das waren ja auch teilweise so taktische Entscheidungen, dass man gesagt hat, diesen einen mittleren Berg, den fährt halt einer von der Pulle hoch und lässt sich oben rausfallen und so. Ich weiß nicht, aber da gab es so unterschiedliche taktische Herangehensweisen, aber ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, ob das auch diese, ob das auch der Fall war, weswegen das Team Sky dann nur mit so wenig Fahrern ankam, müsste man nochmal sozusagen nachschauen. Dann ist das die Etappe vier mit dem Kopfsteinpflaster Passagen oder? Nee, das kommt erst viel später, also wir haben dann erstmal, ja, so, ich sag jetzt mal, eine Flachetappe noch, dann kommt ein welligeres Teilstück, Lorient nach Kimpeur, also gerade geht's, also den ganzen Tag eigentlich im Prinzip nur rauf und runter, so ein bisschen Ardennen-mäßig vom Stil her. Ja, genau, und das ist halt auch nochmal so eine Etappe, ja, da könnte man, könnte man schon mit einer guten Mannschaft einen gewissen Schaden anrichten und dann die nächste Etappe, die Zielanlage, die kennen wir da ganz gut, die Möde Britannien. Ja. Das ist so eine kurze Rampe zum Ziel hoch, wo 2015 Alexis Villamon vom Team Aji Douser gewonnen hat. Ja, und große Abstände unter den Favoriten sind da eigentlich auch noch nicht zu erwarten, aber vielleicht schon ein kleiner Finger zeigt, wer nicht so gut drauf ist. Danach wieder so zwei Überführungsetappen, bevor dann die Etappe 154 Kilometer Arras-Roubaix mit dem Kopfsteinpflaster kommt. Aber sie fahren nicht, also natürlich nicht so eine Strecke wie bei Paris-Roubaix, also die Anzahl des, oder die Länge des Kopfsteinpflasterpassagen ist, wenn ich das richtig gesehen habe, also wie viel sind es insgesamt, irgendwie eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, boah, kannst du schnell zählen, in der Summe der Kilometer, wahrscheinlich, bei Paris-Roubaix sind es so um die 55 Kilometer, ja, also jetzt haben wir insgesamt, Um die 20 Kilometer Kopfsteinpflaster und auch die einzelnen Sektoren, wenn man mal sieht, zum Beispiel, ja, Manson Pevel, was bei Paris-Roubaix einer der entscheidenden Sektoren ist, hat hier nur 900 Meter, die befahren werden und bei Paris-Roubaix ist der, glaube ich, fast 4000 Meter lang oder auch ein Carrefour de Labre sehe ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht drin, was natürlich noch ein viel, viel schwieriger Sektor ist, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch eine ganze Menge Holz und vor allem für Fahrer, die sonst so einen Untergrund gar nicht befahren würden, freiwillig. Ja, ist halt auch so, im Prinzip wiederholt sich da die gleiche Diskussion wie beim Kopfstein, wie bei den Mannschaftszeitfahren, also ist halt auch ein Bestandteil des Radsports irgendwo diese Kopfsteinpflasterpassagen und gehören auch mit dazu, Quintana wird wahrscheinlich sich nicht darüber so sehr gefreut haben, Froome ist auch kein großer Freund von sowas, denke ich, wird interessant. Andererseits hat Froome ja durchaus in seinem Team einen Vorteil gegenüber Quintana eine einigermaßen robuste Klassikerfraktion. Na gut, ihr könnt halt zum Beispiel einen Garen Thomas mitnehmen. Das meine ich, genau das meine ich, ja. Einen Stannard mitnehmen oder auch einen Luke Rowe, das sind halt alles Pawe-Spezialisten. Wenn ich jetzt die Equipe von Movistar angucke, da fallen mir jetzt nicht so viele ein, vielleicht ein Jascha Südardin, vielleicht ein Erwiti. Ja, genau so ist es. Da wird es dann eher dünner. Ja, aber es ist halt auch ein Teil. Es gehört ja zum Radsport auch dazu, finde ich. Ja, natürlich auch entscheidend an dem Tag, wie sind die Witterungsbedingungen. Wir haben gesehen, 2014, als es da geregnet hat, da hat es Abstände in Minuten gegeben. 2015, als es trocken war, ist eine größere Gruppe angekommen und Toni Martin hat die Etappe gewonnen und ist ins gelbe Trikot gefahren. 15.07. Ich gucke gerade, Wetterbricht ist gut, also wird kein Regen geben an dem Tag. Also alles gut, machen wir uns keine Sorgen. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch dann wieder ganz spannend, weil so Fahrer zum Beispiel bei einer Astana-Mannschaft, die haben ja jetzt keinen Top-Favoriten aufs Podium. Aber zum Beispiel Jakob Vogelsang zum Beispiel, der 2014 war der auf der Etappe mit diesem Regen auf dem Kopfsteinflaster Zweiter und ist eigentlich auch sehr, sehr gut da drin, übers Pavet zu fahren. Wenn da so ein Fahrer so einen kleinen Vorsprung rausfährt, der recht gut dann auch am Berg ist und auch Einzelzeitfahren passabel, wenn der so einen kleinen Vorsprung in den Bergen hat, ist dann vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen. Kleiner Einschub, hast du von der Causa Aru noch was mitbekommen? Nee, also da ist jetzt gewechselt. Das Problem ist, vielleicht für die Hörer auch interessant, wir haben uns das letzte Mal nicht in dieser Sendung gesehen, sondern beim Biertrinken in München. Da haben wir uns noch darüber kaputt gelacht, ich glaube, das haben wir ja gar nicht angesprochen, dass Vino Kurov quasi sich den Aru zurückklagen will oder irgendwie sowas. Nee, er will ihn ja nicht zurückholen, er will ihn einfach nur Schadensersatz von ihm haben. Ja, also im ersten Schritt, die Konsequenz wäre aber, wenn Aru keinen Schadensersatz zahlt, dass er auch wieder zurückgehen könnte. Das würde ja aber theoretisch, also es würde in der Realität nicht passieren. Nee, natürlich nicht, aber schon sehr, sehr lustig. Deswegen kam gerade mein Einwurf über Aru bei Astana, für die, die jetzt nicht so schnell schließen konnten. Ja, aber wenn man jetzt nochmal guckt auf die Etappe, ganz interessant auch, es gibt erst so 45 Kilometer, wo es eigentlich flach daher geht, ohne jegliche Kopfsteinpflasterpassage, und dann kommen zwei, dann kommt wieder so eine und dann wird es so stufenweise, wird es dann immer schwieriger und im Finale, die Etappe selbst ist nur 154 Kilometer lang, sind sie dann quasi alle geballt relativ auf einem Haufen. Also da wirst du auch zwischendurch nicht viel Zeit haben, da irgendwie wieder Terrain gut zu machen, wenn du einmal einen Defekt hast oder irgendwie zurückgebunden wurdest. Und auch wieder ganz spannend, wer setzt da auf welches Material an diesem Tag? Ja, meinst du, Cancelara war ein bisschen traurig, dass sowas jetzt kommt? So eine Etappe? Ja, weil das wäre ja auch so ein Tag. Ja, aber als diese Etappen bei der Tour dabei waren, ja, da hat er ja auch nicht glänzen können. Also 2014 wurde er da abgehängt und 2015 weiß ich gar nicht, ob er dabei war, da hat Toni Martin geglänzt. Ja, aber wenn ich jetzt als abgetretener Fahrer sowas sehen würde und als Kopfstandsflester-Spezialist dann mir anschaue, okay, je nachdem. Werde ich natürlich besonders auf diesen Tag freuen, wird Peter Sagan. Ja, ja, also wenn er da noch drin ist, man weiß ja nie, wann schmeißen Sie ihn raus aus der Tour. Ja, aber da hat er dann wirklich mal eine gute Chance dann auch vielleicht, wenn er dann noch in Starkdistanz ist, ins gelbe Trikot zu fahren. Aber ist dann auch wieder die Frage, muss ein Peter Sagan an diesem Tag vielleicht sogar auf Raphael Maika warten? Ja, interessante Frage. Auf jeden Fall kann man sich den 15.07. schon anmerken und an den Informationen, die ihr noch nirgendwo bekommen habt, also hoffe ich mal, es ist ein Sonntag. Das heißt, da kann man auch, da muss man nicht heimlich während der Arbeit gucken, sondern kann sich so vor die Glotze hängen. Ist ja auch mal was Schönes. Ich hoffe nicht, dass ich an dem Tag umziehen muss. Und, naja, also einen Tag und direkt darauf schließt sich am nächsten Tag der Ruhetag an. Da können dann die Fahrer also ihre Wunden lecken, die sie sich auf dem Kopfsteinpflaster geholt haben. Ja, und danach geht es dann erstmals so richtig in die Alpen. Also es werden die Alpen zuerst befahren, dann in die Pyrenäen und dann kommt diese Etappe nach Le Grand Bonon, wo ein ganz neuer Berg dabei ist, den es bei der Tour de France vorher noch nicht im Programm gab, dem Monte du Plateau de Gier oder so. Weiß ja nicht genau, wie man das ausspricht. Das ist mein Standardsatz. Das weiß man nicht so genau. Dafür ist mein Französisch zu schlecht. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr große Schwierigkeit, denn dort geht es sechs Kilometer mit gut elf Prozent im Schnitt hoch. Und was noch dazu kommt, es gibt da auch noch Schotterabschnitte auf diesem Berg. Und dazu muss man aber sagen, der Anstieg ist so bei Kilometer 68,5 erreicht. Und die ganze Etappe hat eine Länge von 160 Kilometern, also so rund 90 Kilometer sind es dann noch ins Ziel. Aber danach kommen ja noch der Col de Rome und der Col de la Colombière. Und der Col de la Colombière stand ja auch schon ganz oft bei der Tour im Programm. Also ich kann mich immer noch gut daran erinnern, 2007 diese Etappe, als Linus Gerdemann da ins gelbe Trikot gefahren ist über den Col de la Colombière. Und natürlich 2009 diese Etappe, als Armstrong abgefallen war und Contador noch extra attackiert hat. Linus Gerdemann, Gosse beim Rande, betreibt, glaube ich, jetzt ein Restaurant auf Mallorca. Information, die die Welt nicht braucht, fiel mir aber gerade ein. Ja, ich denke mal bei dem, also ich glaube noch nicht, dass in dieser Phase der Tour de France zu diesem Zeitpunkt und vor allen Dingen dann auch in dieser Phase, dieser Etappe da groß attackiert werden wird an diesem neuen Berg. Vor allen Dingen wird da jeder wahrscheinlich mal, also die meisten oder viele werden sicherlich ein, zwei, dreimal schon mal vorher hochgefahren sein. Ist ja auch eine, also davor noch der, ich spreche es falsch aus, Col de la Croix, Fré, 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 Col de la Croix, Fré. Auch ja ein relativ traditioneller Berg. Da wird man wahrscheinlich in der Gegend schon unterwegs gewesen sein. Ja, aber auf jeden Fall, du kannst zumindest mal da deine Mannschaft einspannen und gucken, wer vielleicht einen schlechten Tag hat. Ja, und vor allen Dingen, wer auch gut aus dem Ruhetag gekommen ist. Das sind ja auch immer diese kritischen, kritischen Geschichten. Wie kommt man da raus? Andererseits, also das ist ja jetzt nur ein Tag, also die Alpen geben es denen ja auch da knüppelhart, um es so zu sagen. Weil am nächsten Tag direkt wieder drei nicht ganz kleine Hügel, die es auch in sich haben werden. Relativ kurze Etappe, aber dafür wieder namlich nicht aus. Es gibt sogar eine Bergankunft in La Rosière. Also wir haben Comé de Roselan und den Monte de Bissan dabei. Also es sind zwei richtig, richtig schwierige Berge. Und man könnte da auch schon früher was probieren, weil es eigentlich nur rauf und runter geht und kaum ein Tal vorhanden ist. Eigentlich fast schon am darauffolgenden Tag dann die, fast schon wie eine Spiegelung. Also dann so die ganz großen Klassiker. Ich muss gestehen, es ist nicht Alpe d'Huez so wie wir es kennen. Das ist die andere Seite. Oder? Nee, ich glaube schon. Also Frank von Baudoisin hoch. Okay, umso besser. Dann freue ich mich. Also dann der Col de la Madeleine. Also wirklich, das ist so eine ganz klassische. Ja, es ist eigentlich schon die Königsetappe fast. Also über Col de la Madeleine, Croix de Ferre und dann Alpe d'Huez. Aber ja gut, eigentlich kann man schon jetzt den Haken dran machen und sagen, wir warten bis Alpe d'Huez. Weil es ist halt so, dass da relativ viele Täler durchfahren werden müssen und dadurch eigentlich vorher nie so wirklich da was an diesen großen Bergen vorher passiert. Und ja, wie soll man sagen? Ich kann mich dran erinnern. Ich glaube 2001 war das, ist da schon mal was passiert. Aber da gab es diesen großen Bluff am Col de la Madeleine. Ist so eine Etappe, wo, die guckt man sich auch wegen der Landschaft an. Also bis zum letzten Berg, wie du sagst, wird nicht viel passieren. Aber für mich ist das, das ist die Tour de France. Solche Etappen. Mit Bergen, die sie schon 20 Mal gefahren sind und wo ich Bilder von fünf Fahrten drauf im Kopf habe und so weiter. Also so eine traditionelle Etappe gehört für mich irgendwie mit dazu. Auch wenn die, wenn die mit Sicherheit eine sehr schöne Etappe sein wird. Aber als Etappe Nummer zwölf, also nach etwas mehr als der Hälfte, mit Sicherheit nicht die entscheiden. Oder es würde mich wundern, wenn es die entscheidende Etappe werden würde. Dafür ist einfach noch zu viel. Ja, das ist so mehr, die Alpen sind so mehr Abnutzungskampf. Ja, das ist ein schöner Ausdruck. Genau. Als dass da irgendwie schon, gut, also man hat es natürlich jetzt nach den Erfahrungen von vor zwei Jahren tunlichst vermieden, nach dem Ruhetag eine Bergangkunft hinzustellen. Weil da Chris Froome dann doch schon mal gezeigt hat, dass er den anderen da viel Zeit abnehmen kann. Und die beiden Bergangkünfte danach sind zwar schwierig, aber ja, wenn einer einen schlechten Tag hat, wird er sicherlich rausfallen. Aber wird keiner, denke ich, den großen Abstand rausfahren. Also der berühmte Satz gilt für diese zwei Tage, man kann die Tour verlieren, aber nicht gewinnen. Genau, ja. Entschuldigung, dass ich so in die Phrasenkiste reingegriffen habe. Ja gut, danach haben wir ja dann so eine Überführungsetappe wieder und dann kommt diese, ja, auch eine ganz klassische Ankunft mittlerweile bei der Tour de France in Monde. Und an diesem Flugfeld mit dieser steilen Rampe kurz vorher, drei Kilometer mit zehn Prozent im Stück, kennt man auch mittlerweile von Paris-Nitzer. So, wir hatten gerade einen kleinen technischen Defekt und vor allen Dingen habe ich die Dateien weggespeichert von dem, was wir bisher besprochen haben. Und habe sie dann nicht mehr gefunden, was bei mir ungefähr zu, dieses berühmte Gefühl, wie soll man sagen, Drücken im Brustkorb, Schweißausbruch, Gewaltfantasien, auf den Boden schmeißen und mit den Fäusten auf den Boden trommeln. Das haben wir gerade alles durchgemacht, aber der Thomas ist ganz ruhig geblieben und hat sich, während ich alle diese einzelnen Phasen der Frustration durchgelebt habe, sich einfach gemerkt, wo wir waren. Was für ein Fuchs. Ja, wir waren also gerade bei der Etappe nach Monde stehen geblieben, diese kurze Rampe zum Schluss, wo wir ungefähr jetzt in der, bisschen weiter schon als die Hälfte der Rundfahrt rum haben und kurz vor den Pyrenäen stehen, die dann als nächstes kommen. Und ja gut, das Ganze geht eigentlich so los mit dieser Etappe nach Carcassonne, wo es kurz vorm Schluss noch einen etwas längeren Berg dann auch gibt. Und dann, ja, haben wir halt die Etappen 16, 17 und 19 und die Etappe 16, ja, das ist sozusagen der Anfang dieser Pyrenäen-Trilogie. Also eigentlich nur zwei richtig schwierige Berge. Das meiste wird sich dann wohl an diesem letzten Berg wieder abspielen. Eine Abfahrt ins Ziel runter, gut elf Kilometer. Ja, wir sind kurz auf spanischem Territorium. Ja. Und auf dieser Etappe. Aber wirklich, das ist sehr, sehr kurz. Also einmal, einmal kurz Luft geholt, dann sind sie schon wieder draußen. Ja, aber ich würde sagen, auf der Etappe ist es jetzt nicht so entscheidend. Da passiert jetzt nicht so viel, weil die dann doch nicht allzu schwierig ist. Und dann haben wir Etappe 17, die schon von dir besagte, mit nur 65 Kilometern Distanz. Aber dafür ist die wirklich knackig. Das hast du schön gesagt. Ja, die hat es eigentlich in sich, weil drei Berge, Monte de Peragout, Col de Val-Laurant-Asset und Saint-Laurie-Soulon. Ja, rauf und runter die ganze Zeit nur. Vom Start weg in Bagnard de Luchon geht es gleich bergauf. Und auch der Schlussanstieg, Plada-D, Saint-Laurie-Soulon ist ja schon bekannt. Gab es jetzt auch schon mehrere Ankünfte. Und ich glaube, letztmals auch 2014, sind wir da oben gewesen. Ja, die Etappe ist also eine der, obgleich der Kürze, denke ich, eine der entscheidenden. Ich wollte, darauf wollte ich gerade hinaus. Also eigentlich ist es für mich eine der spannendsten Etappen seit sehr, sehr, oder eine der spannendsten, ist vielleicht eine mit denen, mit denen, an die ich sehr, sehr viele, also nee, ich meine nicht spannend im Sinne von, was da, also so im Sinne von, dass sie dieses Experiment mal wagen, so etwas durchzuführen. Und dass sie nicht nur das Experiment wagen, sondern das Experiment auch an so einer, in der Rundfahrt entscheidenden Stelle wagen. Weil, man muss das mal einordnen. Etappe 17 ist jetzt, danach kommt noch 18, Überführungsetappe eigentlich. 19, 200 Kilometer Brett mit auch einigen Bergen, aber am Ende eine sehr lang gestreckte Abfahrt von 20 Kilometern ins Ziel, wo sehr vieles wieder zusammenlaufen kann, nicht muss, aber kann im Zweifelsfall. Tourmalé und der Aspont, Coul de Aspont, natürlich auch sehr, sehr traditionelle Berge. Aber diese 65 Kilometer Etappe, die kann wirklich so, also der Dreh- und Angelpunkt am Ende werden. Also da kann alles sich entscheiden. Und dass man, dass man dieses Risiko eingeht, das finde ich sehr, sehr bewundernswert. Also ich finde das sehr schön, dass die Tour so etwas wagt. Ja, schon. Aber? Man hat ja gesehen, in diesem Jahr gab es auch in den Pyrenäen so eine ähnlich kurze Etappe. Ja, da ist auch die Post abgegangen. Also von daher ist es jetzt, denke ich, nicht so das große Risiko und Action ist auf jeden Fall garantiert. Also verlieren kann man damit eigentlich nichts, wenn man das jetzt mal so macht. Und für mich, also erinnert, für mich so ein bisschen auch an diese Etappe 2011 nach Alpe d'Huez, wenn du dich daran erinnern kannst. Da ging es auch über... Über einen anderen Berg oder sowas, ne? Über einen Galibier am Anfang und dann hoch nach Alpe d'Huez. War, glaube ich, nur so 110 Kilometer oder so die Etappe. Und da hat halt, ja, mehr oder weniger Vöckler am Galibier die Tour verloren, als er da noch im Game-Trikot war. Und auf der Etappe muss man jetzt auch noch sagen, dass sie natürlich auf jeden Fall, denke ich, von Anfang an animiert sein wird. Weil die Leute, die da schon ein bisschen weiter hinten sind im Gesamtklassmo, die riechen dann natürlich ihre Chance und werden es dann gleich von Anfang an irgendwie probieren und nicht dann lange warten. Weil die haben ja nichts mehr zu verlieren. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Tag. Das ist der... Nein, das wird leider kein Wochenende sein, ne? Schade, aber Sonntag, Samstag, Treutag, Mittwoch, mitten in der Woche. Aber es wird... Ich bin mal gespannt, wann die dann losfahren auch, ne? Also so mittags um 12? Ja, irgendwann mittags. Also um 12 oder so. Ja, aber so lange werden die auch nicht brauchen. Also wenn die um 17 Uhr kommen wollen. Dann müssen die drei Berge. Ja. Das kann man doch auf der linken Rille abfahren. Ne, also sehr, sehr erwartungsfroh, ob dieses Tag ist. Im Grunde genommen habe ich den Rest jetzt schon sehr, sehr grob zusammengefasst. Über Führungsetappe danach. Dann 200 Kilometer Brett, Berge, lange Abfahrt ins Ziel. Und dann kommt am vorletzten Tag das Einzelzeitfahren. Wo man... Was aber auf sehr kopierten Gelände ausgetragen wird. Genau. Also es erinnert mich also ein bisschen eher an Einzelzeitfahren bei der Baskenland-Rundfahrt als bei einer Grand Tour. Ja, also da wird ein Froom auch nicht so richtig glücklich sein, ne? Also der Anstieg am Ende, also so vier Kilometer... Na, Anstieg ist jetzt vielleicht auch die falsche Formulierung, aber es sind zumindest 100 Höhenmeter, die sehr, sehr, sehr steil zu sein scheinen. Ähm, vier Kilometer vorm Ziel. Und insgesamt auch zwischendurch mal ein paar Höhenmeter zu überwinden. Ja, also zwischendurch, es ist eigentlich nie flach, dieses Tag, es geht immer nur rauf und runter die ganze Zeit und, ähm, ja, von daher eher, ähm, so wenig, gibt es dann wenig Möglichkeiten auf dieser Strecke, ähm, für einen guten Rolleur, der da vorher ins Hintertreffen auf den vorigen Etappen geraten ist, da noch großartig Zeit wieder zurückzuholen. Also da geht's eher um, im Bereich, äh, denke ich, 30 Sekunden wird sich das da drehen auf diesem Ding. Ich bin auch gespannt auf die Abfahrt von diesem, äh, Côte-Pinot-Dieter. Ja, aber es sind ja, also wenn du es jetzt so, muss man es auch ganz auch ein bisschen relativieren, wenn du es so siehst, es sind ja nur irgendwie 100 Höhenmeter, die es da runter geht. Ja, aber wenn du dir, äh, eine deiner, äh, eine deiner schönsten und liebsten Formulierungen, äh, die ich auch gut finde, wenn du dir die 28 Kilometer den Draht aus den Ohren gefahren hast und dann nochmal eine Abfahrt von zwei Kilometer mit 100 Höhenmeter runterbrettern musst und es geht in diesem Moment um die Tour de France, weil Chris Froome zwei Sekunden hinter Quintana liegt und das ist die letzte Abfahrt, die alles entscheidet, da kann, also weißt du, solche Situationen meine ich, ne, dass, äh, wenn alles klar ist, dann ist alles klar. Naja, gut, das ist ja vielleicht mit den Zeitfahrrädern dann auch noch ein bisschen diffizil, aber, ich sehe das also jetzt von den, na gut, also. Wir kennen die Abfahrt, ne? Ja, man muss das halt auch erstmal sehen, wie das Ganze technisch ist, also ich kann mir gut vorstellen, wenn es dann noch auf und runter geht, ist es dann doch ein ziemlich technischer Parcours. Ja, also sind wir mal gespannt. Ich hoffe ja nur immer, dass alle gesund durchkommen, ne, also Zeitfahren hat ja dieses Jahr durchaus auch, ähm, gesundheitliche Probleme verursacht, um es mal vorsichtig auszudrücken bei manchen Fahrern im Nachhinein. Und dann, äh, natürlich Tour de Honneur, ähm, nach Paris. Letzter Tag, ich muss mal kurz husten. Ähm, ja, schönes Ding, ähm, insgesamt, wie, wenn, wenn du drei Adjektive benutzen könntest, um die Tourstrecke zu bezeichnen, wie, welche drei würdest du nehmen? Ähm, ja, langwierig, ähm. Langwierig? Ja, weil sie halt, äh, so gebaut ist, dass sie möglichst lange halt spannend sein soll. Wie sich das natürlich der Veranstalter wünscht und dementsprechend, ähm, pff, ja, auch wahrscheinlich, also es kann natürlich auch gut sein, die erste Woche langweilig, weil bis zu diesem Kopfsteinpflasterding nix passiert und, ähm, innovativ. Innovativ wäre auch was gewesen. Also ich hätte, äh, ich hätte das mit mutig bezeichnet, aber ich glaube, wir meinen beide das Gleiche. Ähm, ja, mutig, innovativ, ähm, mit der Langeweile am Anfang, ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, aber andererseits, ähm, dass, 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 dass Sagan wieder mit dabei sein wird, ne, der, der hat ja einige Rechnungen dann noch offen wahrscheinlich. Äh, ich, ich bin ganz guter Dinge, dass der in der Woche, äh, in der, in den ersten neun Tagen so gut Alarm machen wird, ähm, dass das trotzdem eine unterhaltsame, äh, Geschichte wird und, ähm, insgesamt finde ich, dass die, dass man der Strecke wenig vorwerfen kann, dass sie auf irgendjemanden zugeschnitten ist. Ja? Außer auf einen guten Zeitfahrer vielleicht, also die hat man damit natürlich ein bisschen vergrault. Ähm, ja, also du meinst, dass der gute Zeitfahrer benachteiligt werden würde? Genau. Ja, das, das, das könnte man, ne, das wäre ja mit Sicherheit dann so etwas, was man sagen könnte, durch, ne, also mit dieser Strecke wird definitiv nicht Chris Froome, äh, der rote Teppich ausgelegt. Ja, aber das wird, also das wird ja in den nächsten Jahren, muss man ja auch nicht. Wird ja in den nächsten Jahren nicht anders sein, solange es noch, äh, immer die Chance gibt, dass ein Romain Bardet, äh, am Saisonbeginn die Chance hat, die Tour de France irgendwie zu gewinnen, werden die Franzosen versuchen, einen Parcours zu bauen, der nicht allzu viele Zeitfahrkilometer bereithält. Ja, und nach wie vielen Jahren ohne Franzosen kann man es ihn auch irgendwie nicht verdenken? Also ich finde das, äh, das, das, äh, klar wäre ich jetzt, äh, Chris Froome würde ich mich auch nicht drüber freuen, aber, ähm, er hat sich ja nicht... Das kannst du so aus der Pistole geschossen sagen? Ja, 1985 hat Berner Inou gewonnen, das letzte Mal. Aber Chris Froome, äh, um, um an der Stelle kurz darauf einzugehen, ähm, hat er ja nicht jetzt auch, äh, angekündigt, Giro und, äh, Tour als Jubel anzugreifen nächstes Jahr? Ja, ob das nicht... Oder ist das ein lauter Gedanke? Nö, also wahrscheinlich ist es immer wieder so, dass er die, die, äh, anderen so ein bisschen, also den anderen Veranstalter da mehr oder weniger zufriedenstellen will und den möglichst lange auf der heißen Platte schmoren lassen will. Das sagst du jetzt aber sehr negativ. Ja, also es gab's ja in den letzten Jahren auch schon immer die Aussagen, ja gut, ich mach das jetzt vielleicht mal, aber da sind keine Taten gefolgt. Also hängt natürlich auch jetzt dementsprechend, wird man sich erst festlegen, wenn jetzt der Parcours dann bekannt gegeben wird. Das ist auch jetzt in Kürze, ne? Es heißt, äh, man ist in Gesprächen, also von der Organisation der RCS seitens mit Chris Room in guten Gesprächen. Das ist eine sehr diplomatische Floskel. Äh, ist Giro-Vergabe nicht auch, also die Bekanntheit... Es ist ja am 28. November ist das, glaube ich, der Parcours jetzt präsentiert. Ja, dann werde ich schon mal bei uns den Kalender irgendwie eintragen, oh, da wird's schwierig zeitlich, aber da, da werden wir ja was machen. Ähm, ob, ob, ob ihr wollt oder nicht. Ähm, ja, aber, ne, also auf keinen so richtig zugeschnittenen Klabadeh, die, 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 die Geschichte stimmt natürlich. Ähm, aber ansonsten, ähm, mir fehlen natürlich ein paar Berge immer. Ähm, also einmal Ventoux fehlt mir immer, aber, ähm, nach den Geschichten in den letzten Jahren ist das vielleicht auch ein bisschen gar nicht so schlecht, dass man ihm vielleicht ein Jahr Ruhe gibt. Ähm, Calipier, den du eben schon erwähnt hast, kann ich mir auch immer, schaue ich mir immer wieder gerne an, die, diese Geschichten. Aber, wie die Dom? Genau. Ja, also die Klassiker. Die darf man leider nicht mehr hochfahren. Ja, aber diese Klassiker halt, ne, die fehlen so ein bisschen, aber andererseits, äh, finde ich es schön, dass man auch mal einen neuen Berg reinnimmt, dass man dieses Experiment mit den 65 Kilometern wiederholt. Und, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man erstmal die ersten neun Tage überstanden hat, äh, dass man dann sehr viel Spaß haben kann an dieser Tour. Und André Greipel, vielleicht, äh, kommt er zu alter Form und Klasse zurück und es gibt einen schönen 3-4-5-Kampf, äh, der besten Sprinter. Und dann, ich, ich, ich finde, wenn es so 6, 7, 8 Etappen hintereinander gibt, ist das ja auch immer noch so etwas. Nö, das glaube ich ja nicht, aber. Nee? Ich glaube, äh, also, dass, äh, bei der Tour im nächsten Jahr das erste Mal auch Gaviria am Start stehen wird und der alles eher aufmischen wird. Okay, ja, ich meine, ich, ich meine das jetzt nur nicht, dass André Greipel alles aufmischen wird, ne, aber ich finde es schön, wenn er noch mal eine Tour in, äh, in Topform fahren könnte und dann wirklich die besten Sprinter da am Start stehen. Du meinst nicht, dass Greipel die Tour fährt? Nee. Ja, ja, schon, er wird die, wird die Tour de France fahren, aber ich denke nicht mehr mit der Unterstützung und, ja, ich denke, vielleicht gewinnt er eine Etappe, ja, aber er wird jetzt keine 3-4 Etappen mehr in Serie gewinnen. Ja, das, 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 ich, ich, das muss er ja gar nicht, ne, also ich fände es ja schon nur schön, wenn er so, wenn er zumindest mal seine ein, zwei Siege noch reinfahren könnte. Das, das würde, finde ich, für ihn, also würde mir ausreichen für ihn, ähm, dass er so, ich glaube jetzt, ich bin gespannt, wie lange er noch fahren wird, ne, aber dass er da noch mal bei der Tour irgendwie sowas mitnehmen, mitnehmen kann, sozusagen, ist, glaube ich, die, die richtig, richtigste Formulierung dafür. Weil er war ja schon ein Sprinter, der die Tour über Jahre maßgeblich mitgeprägt hat und, ähm, wenn er und Carvendish sich nochmal duellieren würden, da, ich glaube, das, das, das würden wir doch alle irgendwie gerne sehen, mit dem Sagan dazu. Ich baue da eher auf dem blauen und auf dem roten Zug. Nee. So haben wir alle unsere Züge, auf die wir bauen, ne, das ist ja auch ganz gut so. Ja, aber das ist die Tour, ähm, gebt uns gerne noch einen Kommentar ab, äh, wie euch das Ganze gefällt, was ihr davon haltet, ist sie zu einfach, ist sie zu schwer? Hast du mal so, hast du so Zahlen gesehen von wegen Strecke und Höhenmeter im Vergleich zu anderen Jahren? Eine Strecke und Höhenmeter, pfff. Nee, hätte ja sein können, dass du schon, schon, schon irgendwo so einen Vergleich gesehen hast oder so, weil streckenmäßig, äh, wird es wahrscheinlich nicht so lang sein, ne, eins, zwei, überhaupt nicht. Nee, dadurch, dass die Etappen also generell auch kürzer sind, denke ich auch, dass die Gesamtdistanz auch so, ja, vielleicht um die 3000 Kilometer oder ein bisschen mehr ist. Also nur drei Etappen mit überhaupt 200 Kilometern oder mehr, was ja früher durchaus deutlich öfter der Fall war. Ähm, insofern auch eine schöne Tendenz, also, denke ich, man tut den Fahrern damit auch eingefallen. Und, äh, man, man darf nicht immer den Anti-Doping-Camp fordern und dann sie jeden zweiten Tag zwei Kilometer fahren. Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Doch, finde ich schon. Also man, äh, stell dir mal vor, die müssten jeden Tag 300 Kilometer fahren, ne, dann, äh, dann, das, das... Ja, aber dann wäre die Geschwindigkeit ja auch langsamer. Ja, trotzdem. Das, ich, ich glaube, ähm, ich glaube, dann, man tut der ganzen Sache... Im 100, also, im 100-Meter-Sprint wird ja auch gedobt. Ja, das ist ja eine andere Sportart. Ja, Mann, der Vergleich ist ähnlich. Hm. Nee, finde ich nicht. Hm. Ich denke bis zum nächsten Mal mal drüber nach. Okay. Dann, dann, äh, mache eine Aktennotiz an mich selber, äh, nachdenken. Nachdenken, forciert, ganz, ganz viel nachdenken. Ähm, ja, kommen wir zu so ein bisschen, äh, Vermischtes, äh, oder, näher, vielleicht, die eine Meldung gehört ja noch mit zur Tour de France irgendwie dazu. Ähm, du, die Wiederauflebung des, äh, des, äh, des, äh, nee, wie hieß das damals? Ähm, ähm, ah, helf mir mal mit einem Wort aus, nicht Tri, Triagonalität, sondern die Dreifachspitze. Naja, es gab ja die zwei berühmten Dreifachspitzen, ne, also damals... Trio Infernale, oder was? Nee, ja, das waren sie auch. Ich meinte allerdings eher, also, äh, äh, Ulrich wie eine Kuh auf Klöden und, äh, ähm, äh, äh, wie heißt er? Schröder, Scharping und Lafontaine. Ähm, ja, also Dreifachspitze nächstes Jahr bei den Movies. Kann das klappen, wird das klappen und, ähm, also... Werden sie das machen, ist überhaupt die Frage, also... Ja, also... Mir scheint... Mir scheint... Wir stellen müssen, wird, äh, weil Werde bis dahin wieder auf dem Niveau sein, auf dem er war, war, glaube ich, ne? Das ist völlig zu Recht die erste Frage. Zweite Frage. Wie gut kommen Lander und Quintana miteinander klar? Weil da gab es ja schon so die ersten Spitzen, sag ich mal, als er kam, bevor er kam und wie er aufgenommen wurde, wenn ich das so richtig so ganz am Rande mitbekommen habe, ne? Also, äh, und dritte, dritte Frage, ähm, funktioniert so etwas mit drei Kapitänen, die auch wirklich alle berechtigterweise ihre Ansprüche stellen bei so einer Grand Tour? Also, also, wahrscheinlich, weil Werde aufgrund seines, seiner, seines Charakters oder so noch am wenigsten laut, aber vielleicht mit seiner letzten Chance auch mit am berechtigsten. Ja, also, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass es jetzt schon mal so gut funktioniert hat mit drei Kapiteln gut. Bei Astana, bei der Vuelta 2015 sind auch mit drei reingegangen, einer ist rausgeflogen und der andere, Lander, hat sich dann mehr oder weniger unfreiwillig für Aru aufopfern müssen, wo der dann am Ende gewonnen hatte, aber ich glaube, na gut, so wie ich die Mannschaft jetzt einschätze, ist das halt ein Pulverfass, was die da mitnehmen, wenn die jetzt mit drei Leuten, also mit den dreien zur Tour fahren würden, weil, weil Werde, wie du gesagt hast, würde sich da vielleicht noch in den Dienst der anderen stellen, aber Lander, Quintana, hm, das geht, glaube ich, eher nicht zusammen gut. Das glaube ich auch nicht. Und da müsste man schon vielleicht den einen dann zum Giro und zur Vuelta schicken und den anderen dann gezielt auf die Tour de France. Und da wiederum, würdest du da jetzt aufgrund der Stecken-Topografie einen der beiden, also wenn du jetzt, angenommen, du dürftest jetzt zu Hause, man würde sagen, pass mal auf, hier Thomas, wir rufen dich um halb elf an, sag mal, wer wir mitnehmen sollen aufgrund der Strecke. Könntest du da einen dem anderen den Vorzug geben? Aufgrund der reinen Klasse, sage ich jetzt mal, würde ich immer Quintana mitnehmen, aber aufgrund dessen, wie gut die Strecke zu einem Fahrer passt, macht es jetzt keinen Unterschied, ob ich Lander oder Quintana mitnehme, weil beide, denke ich, ähnliche Probleme auf dem Kopfsteinpflaster haben. Das ist das große Handicap, was beide haben. Aber ansonsten mit den wenigen Zeitfahrkilometern würde ich dann schon sagen, Quintana ist der Kapitän bei der Tour, weil es dann doch so einige Bergetappen gibt, wo er dann einiges an Zeit rausholen kann. Aber dann würde ein Lander wiederum aus meiner Sicht völlig zu Recht fragen, warum habt ihr mich denn dann, also der wird ja nicht als Helfer dahin gegangen sein zu den Movies, ne? Ne, aber vielleicht hat er sich auch selbst eine Kapitänsrolle bei dem Giro oder bei der Vuelta ausgerechnet. Das kann ja durchaus sein, da kann man gespannt drauf sein, ob er diese bekommen wird. Man kann ja auch einfach sagen, okay, wir nehmen Lander jetzt mit zum, oder wir planen jetzt Giro, Lander, Tour, Quintana. Man kann ja aber auch sagen, Lander fährt den Giro auf Gesamtplasma und hilft dann Quintana bei der Tour. Darauf halt hinaus, genau. Und wenn er die Form hat vom Giro, wenn er die rüber retten kann, Tour de France nächstes Jahr eine Woche später, wegen der, irgendeiner Fußballveranstaltung, einer unwichtigen, ne, hat man auch nochmal eine Woche mehr Zeit zu regenerieren. Ein weiteres, weißt du, mit einem Giro-Sieg, da wäre Lander wahrscheinlich auch ein entspannterer Helfer, als wenn er da irgendwie um fünf Sekunden gescheitert wäre. Natürlich, klar. Und mit den Messern zwischen den Zähnen zur Tour kommt. Man hat ja jetzt in diesem Jahr schon gesehen, dass Lander also beim Giro in der dritten Woche eigentlich fast der stärkste Fahrer war und bei der Tour auch noch einer der stärksten Fahrer war. Also hat gezeigt, dass er das dann durchaus schon kann. So, und jetzt stell dir mal bitte folgendes Szenario vor. Etwas sehr von mir herbeifantasiert, aber dafür sind wir ja da. Chris Ruh fährt nächstes Jahr den Giro und gewinnt ganz knapp am letzten Tag gegen Lander. Ja, die zwei können sich ja auch nicht unbedingt, also es sind nicht die aller, allerbesten Freunde, glaube ich. Die sind zwar Profis genug, aber Lander hat vielleicht aus dem letzten Jahr oder aus diesem Jahr, also im kommenden Sagen, sagt aus dem letzten Jahr, vielleicht noch so ein bisschen was wie eine Rechnung mit Sky offen. Ja, der verliert mit irgendwie zwei, drei Sekunden den Giro gegen Froome und hat dann in der Tour gegen Froome auf einmal die Möglichkeit, die Tour zu gewinnen, würde aber dafür seinen Kapitän um diesen Sieg bringen. Das sind doch Geschichten, wie wir sie sehen wollen, oder? Ja, klar. Also das, das stelle ich mir, oh, was wird das schön nächstes Jahr? Ich freue mich jetzt schon, ich würde gerne eine Zeitskapsel haben, um wenigstens schon mal zu gucken, ob irgendwie irgendwas davon eintrifft. Dann würde ich ja wieder zurückkommen. Ja, aber insgesamt muss man natürlich sagen, für mich steckt da jetzt keine Struktur hinter dieser Verpflichtung von Michael Lander. Also generell auch die Außendarstellung der Mannschaft ist einfach für mich momentan katastrophal. Also es gibt jetzt wieder zum Beispiel eine Geschichte, dass irgendwie die Fahrer Karapatz und noch ein anderer Fahrer vom Team Bovistar in ihrer Heimat irgendwie mit Alkohol aufgegriffen wurden. Und das ist natürlich auch, ja, wieder sowas, was jetzt ins Bild passt. Mit Alkohol auf, wie mal, in welchem Zusammenhang? Also haben die zu Hause auf ihrer Party ein Bier getrunken? Nein, ich glaube, die wurden sogar bei einer Rundfahrt rausgeschmissen. Ja, das sehe ich dann schon wieder. Also was ich da... Genau, also die, also wollten bei diesen Jogos Bolivarianos, also es ist scheinbar irgendwie so, so eine Veranstaltung in Bolivien mitmachen, Naves. Und Karapatz, ja, und wurden dann wegen Trunkenheit, durften die nicht mitmachen. Ja, da sind aber für mich viele Fragen, die da offen sind. Sind die betrunken zur Startlinie gekommen? Haben die am Abend vorher gezecht, was sich dann gerecht? Oder sind die mit dem Auto betrunken reingekommen? Also betrunken an der Startlinie würde ich durchaus noch im Rahmen einer Hobbyveranstaltung als fast, naja, Vorbildcharakter, also geht natürlich gar nicht. Aber gehört schon was zu. Muss man sich schon mal rausnehmen. Die Meldung würde ich gerne noch haben, wenn du die irgendwo hast. Da gibt es jemanden, dem würde ich das gerne zeigen. Ja, das, also eine komische... In der Tat, also die Verpflichtung von Landa wirft, je länger sie zurückliegt oder je länger er da ist, immer mehr Fragen auf. Vor allem, was ich mich auch, also was ich mich dann immer frage, es gibt ja für den Fahrer mehrere Gründe, bei einem Team anzuheuern. Geld ist wahrscheinlich einer der wichtigsten und hauptsächlichsten und auch nachvollziehbarsten. Aber das Geld allein nicht glücklich macht, hat er ja bei Sky schon erlebt. Also entweder man hat ihn vielleicht unter falschen Tatsachen hingeschaut oder es ist wirklich so, dass er sich gar keine Hoffnung auf die Tour macht wegen Quintana und einfach direkt auf Chiro fährt. Müssen wir mal, können wir mal gespannt sein. Ja, also ich denke eher, dass er auch sich erhofft hat, bei einer Rundfahrt zumindest mal Kapitän zu sein. Ja, das steht dann... Weil jetzt selbst bei Sky muss er sich ja beim Chiro die Kapitänsrolle mit Thomas teilen. Ja. Ja, können wir ja mal gespannt sein, was da kommt. Ach, jetzt hast du diese Meldung mir geschickt und die ist nur auf Spanisch, aber da muss ich mal den Kollegen fragen, der Spanisch spricht. Oder den Übersetzer rüberjagen. Bin ich schon sehr gespannt. Was haben wir als nächsten Punkt auf unserer schönen, ach so großen Agenda? Wo waren wir, wo waren wir denn? Ach so, die unsägliche Kancelara-Geschichte. Habe ich heute auch sogar bei der Arbeit schon mit jemandem drüber gesprochen. Ja, sie findet kein Ende. Der Kommentar von jemandem, der sich mit sowas auskennt, war, das sah schon krass aus, wie der Kancelara hochgefahren ist. Und dann war mein Kommentar zu, aber Kancelara war halt auch ein krasser Fahrer. Also ich weiß es auch nicht. Lance Armstrong hat sich ja jetzt auch wieder kurzfristig dazu geäußert irgendwie, ne? Und gesagt, dass der Herr doch wirklich nicht alle Latten am Zaun hat. Etwas sehr vereinfacht von mir dargestellt. Ja, also gut, der hat der, wie heißt der, Phil Gaiman hat halt so ein Buch geschrieben, Draft Animals heißt es, glaube ich. Und darin hat er halt über vieles im Peloton angedeutet und geschrieben, unter anderem auch über Fabian Kancelara. Und dass halt viele damals wohl auch im Feld gesagt haben, also wirklich mit Schimpfwörtern, der hat dann, dieser XXX hat einen Motor gehabt. Also hat das dann nicht nur auf die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix damals bezogen, sondern wohl auch schon auf Mailand-Sanremo 2008. Also, wenn, wenn, es gibt zwei Möglichkeiten, also entweder er hat Recht, ne? Dann soll er es einfach bewahren, also weißt du, das sind immer so haltlose Vorwürfe. Ich habe, ich, ich behaupte über meinen Nachbar hier auch, dass der einen ganz kleinen Penis hat. Ja, kann ich jederzeit behaupten, ne? Er kann das Gegenteil beweisen. Im Gegensatz zu Kancelara, der den Gegenbeweis nicht antreten kann, ne? Aber das sind, weißt du, wenn er, diese Vermutungen und Gerüchte und vor allem kommt das dann meistens von so Ex-Fahrern oder Ex-Betreuern oder so aus der zweiten Reihe, wo man echt wirklich manchmal auch sich denkt, naja, dann schreibst du ein Buch von 150 Seiten. Ja, aber das Problem dabei ist ja, dass du sowas im Nachhinein nicht mehr beweisen kannst. Es ist ja nicht wie beim Doping, dass du jetzt da beigehen kannst und jetzt die Proben von vor zehn Jahren nehmen kannst und dann auch mal analysieren kannst mit neuen Testmethoden. Das geht halt, also du kannst halt nicht auf das Fernsehbild nachträglich eine Wärmebildkamera draufhalten. Ganz genau. Und dann frage ich mich, wenn du jetzt einen Mund aufmachst, warum hast du das nicht damals gemacht? Ja, das ist zum einen die Frage, aber zum anderen, also für mich sammeln sich da, also es sind halt so viele Aussagen und Indizien mittlerweile, dass ich fest davon ausgehe, dass es benutzt wurde im Feld. Also wir müssen jetzt nicht explizit auf Fabian Cancellara beziehen. Also es gibt eigentlich so, sag ich mal, vier oder fünf Verdachtsfälle. Also Mario Cipollini hat zum Beispiel auch mal Alberto Contador diesen Dings, also des Motordopings verdächtigt, weil er halt beim Giro 215 ständig sein Fahrrad gewechselt hat. Und was für mich so ein bisschen dabei auch eine Rolle spielt oder eigentlich auffällig ist, dass in zwei dieser Fälle ein und derselbe Radhersteller involviert war. War er Specialized in dem Fall? Ja, ein großer amerikanischer Radhersteller, der zum einen Cancellara damals ausgerüstet hat und zum anderen auch das Team Tinkoff. Und da frage ich mich dann schon, waren die da jetzt also noch weiter involviert? Und zumal auch diese Aussage dieses Mechanikers von Cancellara dann so rüberkam, also ja, dass er jetzt auf jeden Fall nichts Schlechtes über den Radhersteller sagen will. Also das ist schon irgendwie ein bisschen obszön. Also es gibt ja zum Beispiel auch von diesem Sturz damals bei der Vuelta von Raida Hesedal, wo sich dann dieses Hinterrad noch weiter gedreht hat, auch so ein Bild. Ja, aber das sind doch alle, also was ist, also ich finde immer zum einen, was da jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren war, das ist natürlich eine bei uns auch voyeuristische Neugierde, nenne ich es mal, ne, das völlig zu Recht, aber man, du kannst jetzt weder heute das, du kannst weder heute, also außer durch ein Geständnis beweisen oder den Gegenbeweis antreten sowieso nicht, deswegen finde ich das immer so, so, so unschön. Ja, aber du kannst auch nicht das Gegenteil beweisen, das ist nicht so wahr. Genau. Aber es ist also mit normalem, normalem Menschenverstand kann man das auch nicht erklären, wie der da jetzt dem Tombonen an der Mauer von Gerritsbergen so locker und leicht wegfahren kann. Oder mit normalem Menschenverstand kann ich auch nicht erklären, warum Basso mit dem kaputten Fahrrad von Contador weiterfährt. Ja, klar, ne, das gibt immer, vielleicht hat Basso kein anderes Rad bekommen in dem Moment und der Schaden war nicht so schlimm. Keine Ahnung, also man wird irgendwelche Konstruktionen in die eine oder andere Richtung, würde man immer finden. Aber dann könnte man, dann müsste man genauso jeden Fahrer aus dieser Zeit dann immer aufgrund von medizinischer Unterstützung, also es gibt, es geht ja, zum Glück nennt man das ja auch Motordoping, ne, also dann, dann, ich finde diesen Vorwurf des Dopings, da könnte man genug anderen dann auch den Vorwurf des Dopings machen, und zwar des medizinischen Dopings, also es gibt immer so, dann sollen sie Ross und Reiter nennen und das, oder aber auch, ähm, ja, irgendeine Form von, also, es ist halt nichts bewiesen und ich finde dieses Rumspekulieren und, und da kommt mal wieder einer, da kommt mal wieder einer, das ist halt echt schwierig. Also. Es ist ja halt auch immer die Frage, was bei sowas als Beweismittel geht, also gelten da schon als, also so Indizien, wie jetzt teilweise es beim Doping ist, mit dem Blutpass schon als Beweismittel oder, ähm, sagt man halt wirklich, es muss jetzt klipp und klar irgendwie, ähm, dann auch, ähm, überführt werden. Ja, also einfach ist es auch nicht, ne, aber, ähm, bei einer Blutprobe. Aber was jetzt halt auch wieder gesagt wurde, oder beziehungsweise von immer mehr Leuten gesagt wird, dass halt diese Testmethode von der UCE, ähm, total wirkungslos war mit diesen Tablets. Mhm. Weil es scheinbar irgendwie dann teilweise überall irgendwo piepst und, äh, du musst dann sozusagen die Nadel im Heuhaufen suchen und, äh, es kann natürlich sein, dass dann, äh, da ein Motor versteckt ist, aber in 90 Prozent der Fälle ist es dann natürlich nicht so, aber piepst trotzdem überall. Ich kann, ich kenne mich jetzt mit der Technik dieser eingebauten Motoren nicht so gut aus, also das macht jemand anders bei mir, äh, äh, reicht nicht einfach die Sattel, also die Sattelstütze rausnehmen und reingucken? Würde das nicht theoretisch reichen? Nee. Okay. Das würde nicht reichen, weil du kannst ja, die sind ja so klein, die sind ja klein und, äh, so versteckt, also, die siehst du so nicht. Und, ähm, was natürlich, also eine ganz einfache Methode wäre, wären Wärmebildkameras, aber da, sagt die UCE, äh, birgt zu viele Risiken und ist zu teuer. Ja, zu teuer gilt als Argument nicht, ne? Also die Glaubhaftigkeit einer Sportart kann nicht, ähm, kann nicht zu teuer sein, also ganz einfach gesagt. Und, äh, da muss halt jeder, äh, jeder, also so eine Wärmebildkamera kann ja nicht die Welt kosten. Und dann muss halt, äh, jeder, der sein Team ausstattet, äh, irgendwie, also... Bei der Tour de France werden sie ja jetzt schon eingesetzt, aber von der ASO aus. Aber, ähm, ich glaube, unter dem neuen Präsidenten wird sich da unter La Partion bei der UC auch vielleicht was ändern. Ja, und so, dass man das dann in den Griff bekommen könnte, also... Wenn es die technischen, wenn es die technischen Möglichkeiten heute gibt, dann sollte man sie meiner Meinung nach dringend benutzen, äh, um... Und es ist ja nicht nur so, dass die Dinger in den, äh, also jetzt sag ich mal im Raben irgendwo verbaut werden, sondern auch, ja, teilweise in den Hinterrädern. Ja, in den Laufrädern drin sind, ja. Genau, und, ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, dass es benutzt wurde, also bin ich der festen Überzeugung. Wir werden es natürlich wahrscheinlich nie rausfinden, oder vielleicht werden wir es doch mal irgendjemanden, wird es mal irgendjemanden geben, der was ausplaudert, aber ich glaube jetzt mittlerweile ist das Risiko einfach viel zu hoch. Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich da, das meine ich auch, ne, also, andererseits muss man ja auch sagen, wir sagen ja immer, ähm, so doof kann keiner mehr dopen, äh, dass er diese, diese Methode oder jene Methode benutzt, die er eigentlich offenkundig, äh, schon ohne Probleme nachvollziehen, weiß, 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 und irgendein Idiot macht es dann trotzdem immer. Ja, klar. Ne, das ist ja, das ist ja das Schlimme, dass er trotzdem irgendeinen, ein, 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 ein Pfosten macht es halt trotzdem. Das ist, das ist ja das Traurige daran. Naja, aber wie gesagt, also solange es noch nicht bewiesen ist, ähm, ähm, ich bin immer noch der Meinung, wer, wer, wer solche Behauptungen in die, in die Welt, äh, setzt, der sollte auch, ähm, zumindestens, äh, diese in irgendeiner Form besser untermauern können, als, äh, als, 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 was ist da der Fall ist. Unschön. Ähm, nächster Punkt, den wir auf der Liste haben, äh, neue Trikots, neue Trikots, ich könnte auch neue Trikots brauchen. Ne, ich habe eigentlich genug Trikots. Ähm, die neuen, äh, neuen Farben sind raus, sozusagen, also die neuen Kollektionen. Ja, von einigen Mannschaften gibt es da jetzt schon die Trikots für 2018, die kann man sich auch im Internet angucken. Wir werden ein paar, ein paar Trikots an dieser Stelle verlinken in den Shownotes, äh, ich finde eigentlich, also wir haben jetzt so, wir haben fünf Stück, wobei ich mir dann auch schon mal die neuen Namen irgendwie merken kann, Entschuldigung, ich sag mal, es ist echt spät. Ähm, Israel Cycling Academy. Die Mannschaft, über die Mannschaft bin ich noch nicht gestolpert. Nicht, also das ist ja halt so ein, äh, also fährt jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr Ben Hermanns für, also die haben einige gute Fahrer verpflichtet und die haben auf jeden Fall im nächsten Jahr auch beim Giro sind die dabei mit einer Wildcard, weil natürlich der Giro in Israel startet und, ja, fahren jetzt halt in der zweiten Liga des Radsports sozusagen mit und, ja. Fahren auf die Rosa, bin ich ein bisschen neidisch. Ja, aber es ist quasi so eine Art Projekt, wie es Dimension Data damals war. Mhm, 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 hab ich auch wieder was gelernt. Apropos Dimension Data, äh, Marc Cavendish guckt auf diesem Bild sehr in die Weite und das sieht sehr prosaisch aus. Dimension Data, äh, gefällt mir jetzt eigentlich so vom, der Schnitt ist ein bisschen komisch, muss ich zugeben, also diese Ärmel und der Halsausschnitt, äh, wäre nicht so meins, aber sieht ein bisschen aus wie so ein Zeitveranzug fast. So ja, ne, also, aber hat sich jetzt nicht so, also ich finde nicht so gravierend verändert, das Trikot von denen. Ne. Dann, ähm, das dritte, was ich jetzt hier noch, oder in anderen Bereichen von Education First, das ist doch das ehemalige Team. Cannondale, ja. Cannondale. Ja, für meinen Geschmack, also POC, POC macht natürlich immer viele bunte Sachen und so, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Mein Geschmack wäre es nicht unbedingt so ganz, muss ich gestehen. Ne, meiner auch überhaupt nicht. Also, beziehungsweise, ich kann es halt nicht verstehen, wie es erlaubt ist, dass dein Team so, so viel Rosa in dem Anheil hat. Ja, ja. Also, was ist es für wieder blöd, wenn die dann beim Giro damit fahren. Wir hatten in diesem Jahr das Problem mit den weißen Trikots bei der Tour de France. Ja, das hat man so durchgewogen. Ansonsten, früher war es ja so, dass, äh, die Onze-Mannschaft, äh, beim Giro dann, ähm, statt den Rosa-Trikots mit gelben gefahren ist und bei der Tour mit den pinken Trikots statt mit den, äh, gelben. Ja, stimmt. Wobei ich, ja stimmt, Onze war das. Ähm, schönes Trikot finde ich von Lotto, Lotto Sudal, ähm, ein bisschen so klassisch, ne? Ja, erinnert an die, an die große Freie-Emer-Mannschaft von Andy Merckx, die hatten, ähm, ja, fast das gleiche Design. Ja, 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 dieser, und die Movie-Star-Mannschaft, also, also da hat sich, also finde ich, am meisten jetzt geändert. Die sind jetzt von diesem, ähm, dunklen, also vom Grün fast noch weg, ganz ins hellblaue reingegangen und die Hose ist aber immer noch so dunkelblau, hellschwarz. Wäre jetzt nicht das, also wenn mir die fünf sagen würdest, hier such dir eins aus, nimm eins, dann wäre mein, also in welchem Team möchtest du fahren aufgrund des Trikots, wäre meine Präferenz ganz klar Lotto. So dieses klassische Design, das wäre so am meisten meins. Dieses Blau und das Verwaschene, also dieses ineinander übergehende, äh, von den Movies, das wäre so gar nicht mein Geschmack, mein persönlicher. Ja, aber dafür werden die gut gesehen im Feld. Wer weiß, was noch an Trikots kommt, ne, da warten wir erstmal ab, ne, das können wir jetzt im Moment noch nicht so ganz, äh, sagen. Also wenn ihr euch ein bisschen für Trikots interessiert und Trikot-Design, ähm, kann ich euch auch ein Buch ans Herz legen, äh, an dieser Stelle vom Kovadonga Verlag, gibt es da was, ähm, über Trikot-Designs, äh, die Trikots der letzten, boah, über 50 Jahre, sag ich mal. Ganz interessant vielleicht noch dazu, äh, was ich neulich nochmal gesehen habe, also es hatte danach eigentlich kein anderes Team wieder, also hab ich, kann ich mich nicht dran erinnern, Adidas war ja mal Ausstatter vom Team Telekom, und die hatten 1999 ein Trikot, das hatte, oder beziehungsweise so die Hose, die hatte Leuchtstreifen, wenn, wenn man sich daran noch erinnern kann, das da, hab ich danach bei keinem anderen Team mehr gesehen. Äh, ich kann mich daran erinnern, ich muss überlegen, ob ich das schon nochmal woanders gesehen hab, so sicher, so, so richtig, ähm, so richtig erinnere ich mich nicht, muss ich gestehen. Aber so ein Leucht-Element. Ja, also wie gesagt, also mir war das neulich nur wieder aufgefallen, als ich da nochmal geschaut hatte, die Etappe Alto de Langtiro, und, äh, da, äh, war es ja auch recht dunkel, aber du konntest also, die Hose da von Jan Ullrich, äh, strahlte wie... Ein Sonnenschein. Wie ein Sonnenschein, ja, mit diesen Leuchtstreifen. Äh, ich werd an der Stelle auch das Buch über die Trikots mal verlinken, damit, wenn ihr euch das interessiert, damit ihr das da sehen könnt, beim Kovadonga Verlag. Also ich hab's, glaub ich, auch im Regal hier stehen, also ich hab's zumindest schon mehrfach durchgeblättert, ähm, und sehr, 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 sehr schön. Ähm, die Strecke der Tour de Alps, äh, wurde noch bekannt gegeben, hast du auf die Liste geschrieben, äh, wo haben wir's? Genau, fünf Etappen, also es ist ja die ehemalige Trentino-Rundfahrt, Giro del Trentino, in diesem Jahr erstmals als Tour auf die Alps ausgetragen, und traditionell durch die Region bedingt natürlich sehr, sehr bergig. Ja, das kann man so sagen. Und, ähm, also führt halt durch Südtirol, ähm, also Norditalien und, ähm, Teile von Österreich auch, ähm, in diesem Jahr, ähm, fand ich die Rundfahrt also extrem attraktiv und spannend auch, und im nächsten Jahr ist es ganz spannend, weil diese letzte Etappe von Rattenberg nach Innsburg, die findet, ähm, auf, soll, glaube ich, der Originalparcours der WM-Strecke auch sein. Und, äh, der Paulus Longo, der Trainer von Nibali, der hat jetzt schon gesagt, das ist für ihn eines der wichtigsten Rennen des Jahres, weil man da unter Rennbedingungen diesen WM-Kurs testen kann. Mhm, okay. Macht, weiß man, in welche Richtung es da gehen wird mit Nibali dieses Jahr. Ist natürlich von, vom Veranstaltern cleverer Schachzug, diese Etappe so zu bauen, so holt man sich gute, gute Rennfahrer zur Rundfahrt. Ja, auf jeden Fall, ähm, mein, 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 da haben sie echt was gedacht. Ja, aber auch ansonsten, äh, schöne Etappen, also Bergankunft, ähm, weil die Fiemeralpe der Bambiago nach Meran, ähm, von Klausen nach Lienz, also, wer da mal dann in der Zeit auch vielleicht in Südtirol ist, sieht da vielleicht auch die Fahrer mal. Du stehst auch auf die Gegend so ein bisschen, ne? Du magst das da. Ja, klar, ja, also, ist nicht weit weg und, äh, bietet sich immer an, da mal hinzufahren. Mhm. Was sich, ähm, was vielleicht etwas weiter weg ist und sich deswegen nicht unbedingt für den nächsten, äh, Urlaub, äh, so einfach hier mal dort, ähm, eignet, ähm, weißt du noch, welche Rundfahrt das war? War das jetzt, wo es zu dieser Szene kam? Ähm, das war die Hainan-Rundfahrt, Tour auf Hainan, China. Ähm, um es einzuordnen, dieses Bild. Oder das, was, was, äh, vielleicht den, das, wie lange ist das jetzt her? Zwei Wochen, drei Wochen, schätze ich mal ungefähr? Nö, es ist ja zwei Wochen jetzt her. Ja, ne? Ähm, prägte sich ein, weil ein Fahrer eines Teams, weiß ich gar nicht mehr, welches Team, ein asiatisches Team. Ein chinesisches Team. Chinesisches? Ja. Ähm, ging auf einen Betreuer, äh, einer, der Schweizer Nationalmannschaft, glaube ich, los, ne? Genau. Und, ähm, was im ersten Moment mir nicht klar war und was vielleicht auch nicht jedem anderen unbedingt klar war, denn es hieß immer nur ein Schweizer Betreuer, das war der gute alte Danilo. Danilo Hondo im Diensten des, äh, Schweizer, äh, Schweizer Radsportverbandes. Dort als Betreuer da vorbei, äh, dabei. Und, ähm, man sah dann auf Bildern vermeintlich, dass, äh, der Fahrer touchiert wurde während des Rennens vom Schweizer Auto, ähm, dadurch gestürzt ist und der ist dann nach dem Rennen mal, äh, hat der mal gedacht, denen sage ich jetzt mal meine Meinung. Und das ist wirklich ziemlich ausgerastet, äh, auf der Danilo Hondo losgegangen, ist dann, das Lustigste fand ich eigentlich, ich finde es immer sehr schön, also Emotionen in so einem Sport sind, können halt dazu, Schlägereien gehören nicht dazu. Ähm, wie er dann mal zum Auto gegangen ist und seine Luftpumpe geholt hat, um dann mit der Luftpumpe auf der Danilo Hondo loszugehen, das, das, also das war wirklich ein bisschen Slapstick-haft schon alles. Ja, und es standen vor allem irgendwie 30 Leute rum, die ihn hätten aufhalten können, aber keiner hat eingegriffen. Ja, ja, den hätte ich jetzt aber auch erstmal nicht gestoppt, ne, also der wirkte jetzt nicht so, als wenn er, wenn man mit dem nochmal diskutieren möchte über die Situation. Ähm, was jetzt dazu kommt, ähm, auf den Bildern war auch gar nicht klar ersichtlich, dass sie ihn wirklich touchiert haben mit dem Auto, ne, also das, das, äh, vielleicht war es auch ein Fahrfehler seinerseits, was viele nicht, oder was vielleicht die wenigsten nur wissen und mir aus, wie sagt man, äh, gut. Erster Hand. Ne, das leider nicht, so nah, so nah bin ich dann doch nicht dran, aber man sagt, aus gewöhnlich gut, gut informierten, ja, ja, aus gewöhnlich gut informierten Kreisen, äh, wurde mir, äh, berichtet, dass es, ähm, mitnichten vorbei war nach dieser Szene. Okay. Am Abend, äh, haben sich die Schweizer Betreuer nochmal, äh, irgendwie gedacht, na komm, ey, so wollen wir jetzt aus der Nummer nicht rausgehen, äh, wollten, sind dann da hingegangen, um das Gespräch zu suchen, um sich auch gegebenenfalls zu entschuldigen, wenn es nötig wäre, aber auch zu erklären, dass da wohl nichts passiert wäre, aber dann, ne, einfach so, lass uns mal, lass uns mal mal in Ruhe drüber reden, ne, jetzt Emotionen weitergekocht, äh, runtergekocht und jetzt geht's wieder. Und da müssen sie wieder ausgerastet sein und, äh, losgeprügelt haben. Was dann ja auch darin gipfelte, dass, glaube ich, das Team und der Fahrer jetzt für ein Jahr komplett gesperrt sind für alles. Also der Fahrer wurde auf jeden Fall, glaube ich, für vier Jahre sogar gesperrt. Für vier Jahre, okay. Ein Jahr und das ganze Team für ein Jahr auch. Ja, genau. Also, äh, da hat er der ganzen, ganzen Mannschaft irgendwie einen Bärendienst erwiesen, ähm, aber es muss wohl am Abend weitergegangen sein mit der Prügelei oder mit, mit seinem Ausraster gegenüber den Schweizern. Naja, also, ich weiß, also er muss ja schon gravierend, also die müssen den ja wirklich über einen Haufen gefahren haben. Also man sieht ja auch, ähm, den Sturz hat man ja auch in dem Video irgendwie gesehen, aber, pff, ob der da jetzt von denen bewusst angefahren wurde oder ob der einfach nur nicht wusste, wie man sich in so einem Radrennen zu verhalten hat, das sei jetzt dahingestellt. Also mir wurde, wie gesagt, also gewöhnlich gut im Nachrichtenkreis gesagt, dass das Auto noch nicht mal den Fahrer berührt hätte. Und ich kann mich auch... Ja, dann ist es ja vollkommen unverständlich. Ja, das unterschreibe ich so. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, also Danilo Ordner ist ja auch ein erfahrener, erfahrener Profi gewesen, also der so und so viele Jahre im Peloton mitgefahren ist, dass er da jetzt irgendwie bewusst einen Fahrer anfährt oder sich, dass ihm sowas passiert. Wäre ja auch noch die Frage gewesen, ob er das überhaupt, also ob er das Auto gefahren ist oder Beifahrer war. Ja, das ist auch nochmal die Frage. Ganz andere Geschichte, ne? Aber wie gesagt, ne, also diese Bilder haben uns wohl alle zum Schmunzeln gebracht und als ich heute dann diese Information bekommen habe, dass es offensichtlich noch eine zweite Runde gab in diesem Boxkampf, ja, dass nicht nach dem ersten Gongschlag es beendet war, dachte ich, habe ich mir, nee, habe ich dir sofort geschrieben, Themenliste Hondo eintragen. Damit ich das auch ja nicht vergesse zu erzählen. Naja. Ja. Siehst du mal, kann ich auch, kann ich auch immer mit Profi-Wissen glänzen, äh, und was nass aus dem Ärmel holen. Jo, Hondo prügelt und wo wir schon mal in Asien sind, können wir da auch direkt weitermachen. Äh, du hast den vermeintlichen, ähm, W, Olympia-Kurs, Olympia-Kurs, ich wollte schon gerade sagen, WM, äh, wo wird. Lass mich mal kurz überlegen, letztes Jahr waren Olympische Spiele, ne, das heißt, drei Jahre vorher, mal sprechen wir jetzt schon über den Olympia-Kurs. Ja, genau. Ja, genau, okay. Aber er muss ja, er muss ja rechtzeitig festgelegt. Die müssen das ja auch planen. Ja, wir oder die. Äh, nee, die japanischen Organisatoren. Ja, aber du musstest doch nicht drei Jahre vorher, oder? Musstest schon? Naja. Ja, du musst ja auch einreichen, das muss ja durch bestimmte Gremien durchgehen. Okay. Also sieht für mich nach einem Kurs, also das wäre eine schöne Tour-Etappe. Ja, ist also ähnlich, vielleicht nicht ganz so schwierig wie der Parkour im letzten Jahr in Rio, wo es da auch, äh, also total bergig war und das eigentlich der schwierigste Olympia-Parcour aller Zeiten war, aber auch mit, ähm, ja, ähm, recht schweren Bergen, also 15,2 Kilometer mit sechs Prozent im Schnitt, kurz vorm Ziel nochmal. Das wäre natürlich was und vor allem, werden das doch auch wunderschöne Bilder sein, also für alle, die schon mal da waren, in unweit des Mount Fiji, oder Fuji, ähm, das ist ja dieser riesengroße Gletscher oder Vulkan, wie soll man sagen, ähm, ja, und das ist auf jeden Fall dann wieder so ein Olympia-Kurs, wo sich diejenigen, die vielleicht vor einem Jahr geschlagen wurden oder enttäuscht waren, da revanchieren können nochmal. Aber im letzten Jahr hat man auch gesehen, am Ende hat ein Fahrer wie Greg von Avermaid gewonnen, ein guter Klassiker-Fahrer, der auch gut über die Berge kommt, hat sich da durchgesetzt und, ähm, ja, aber auf jeden Fall wäre es, also ich würde es gut finden, wenn es diese Strecke geben würde, weil dann, ähm, ja, viele Fahrer gewinnen können. Was mich ein bisschen irritiert oder wundert, weil bis dato war es ja oft so, dass es eine Art von Rundstrecke ist. Und das wäre schon, äh, irgendwie eine ganz klassische Rennstrecke, ne, also einmal durch. Genau. Ja, also, wenn ich jetzt, äh, im Hinblick auf gerade so Veranstaltungen wie Olympia, wo auch viele mal hingehen, die nicht mit dem Sport so viel zu tun haben oder die mal sich ein Radrennen anschauen wollen, weniger interessant, so gern ich, so schön ich die Strecke finde. Weißt du, ich weiß nicht, ob diese Strecke für so eine Veranstaltung wie WM, äh, oder Olympia so gut geeignet ist, obwohl es mit Sicherheit eine sehr, sehr wunderschöne Strecke sein wird. Für uns. Ja, aber dafür nicht mehr. Für uns, die es an der Glotte gucken. Mache ich mir ja eigentlich so keine Sorgen, also weil die Japaner sind ja Radsportverrückt. Mhm. Also man, also es war jetzt zuletzt auch wieder dieses, äh, Saitana-Kriterium, was jedes Jahr auch stattfindet. Also auch in diesem Jahr wieder, wo sich dann die, äh, Fahrer so immer als irgendwas verkleiden, entweder als Mönche oder als Sumoringer oder, genau. Ja, da haben wir, glaube ich, die gleiche, ähnliche Meinung zu. Aber es wird, glaube ich, auch von, von der ASO aus jetzt organisiert. Mhm. Was meinst du, das, äh, Reden? Dieses Kriterium da. Ja, ja. Ähm, ja, also, ja, ich möchte, wollte damit gar nicht die Strecke jetzt irgendwie schlecht machen, ähm, so als Strecke wird das, äh, was mich ein bisschen irritiert ist, oder gerne wüsste. Ah, hier oben, okay. Aber die fahre nicht wirklich hoch im Sinne von richtig in die, also, weißt du, von den Höhen, also von der Höhe her, ne? Also mit. Nö, 1500 Metern. Nee, weißt du, so eine Strecke von 25 Kilometer hier, die auf diesem Hochplateau, ähm, ist zum Beispiel, ne? Das wäre jetzt auf deutlich höherem Höhe, äh, könnte das nochmal zu anderen, äh, Ergebnissen führen, ähm, als es so tut. Ja, äh, guckt euch die Strecke mal an, sieht interessant aus, äh, könnte, äh, könnte was Schönes werden. Und, ähm, damit sind wir eigentlich auch schon durch für heute. Genau. Hast ja wirklich einen bunten Strauß an Themen zusammengestellt. Äh, Chapeau, Chapeau. Na klar, der Radspot schläft nie. Und es sind jetzt, glaube ich, nur noch, äh, 61 Tage bis zur Tour Down Under. Äh, hast du sie, wie, wie kommst du? Ah, du möchtest auf unseren wunderschönen Kalender, den ich jetzt angefangen habe, einzufliegen, äh, einspielen. Stehen da die Tage noch? Nee, ne? Nee, die Tage sind, glaube ich, nicht dabei, aber es ist jetzt halt nur, am, 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 am 18. Januar geht's, glaube ich, los, oder? Hm. 16. Januar. Hm, nee, 13. hinten, oder? Hm. 13. bis 21. Januar, oder? Ja, aber die, davor ist doch so vorveranstaltet. Achso, ja, das Petherium, ja, genau. Das ist von da. Aber ich sehe gerade in unserem Kalender, der wirklich wunderschön eingepflegt wurde von mir, ähm, da ist dieser Link drin, das gefällt mir noch gar nicht. Ich habe das gar nicht auf unserer Seite gesehen, sondern bisher nur in dem Kalender selber. Da muss ich nochmal nachbessern. Also, das, das ist so sozusagen Work in Progress, ne? Also, ihr könnt auf der rechten Seite jetzt bei uns, äh, erstmal habt ihr da gesehen, das heute um 20 Uhr eine Folge anfangen sollte. Ähm, das hat sich ein bisschen verzögert, auf, aufgrund von Themen, äh, aufgrund von, von mir und Technik. Ähm, das heißt, wenn ihr mal sehen wollt, okay, dann und dann nehmen die Jungs das nächste Mal live auf und, äh, vielleicht mit dabei live zuhören möchtet, dann kriegt ihr auch viel mehr mit, was so nebenher noch passiert hier. Ähm, dann könnt ihr das dort, äh, abonnieren und, ähm, wie schon vor, gutem Monat angekündigt, werden da auch so die wichtigsten Profi-Rennen dann im, ähm, im Kalender drin sein. Ähm, also nicht jedes kleine, äh, Vizes-Rennen, weil diesen Kalender kann man abonnieren und dann habt ihr den auf eurem Telefon oder auf dem Computer im Kalender und seid zumindest über die wichtigen Rennen informiert. Und die Idee mit der Fahne möchte ich nochmal ganz besonders herausheben vom Thomas, war wirklich fantastisch. Also, habe ich schon eine sehr schöne Rückmeldung zu bekommen. Da jemand sagte, ich meinte, guck mal nach, ob das so okay ist für dich vom Format und alles, wie das aussieht. Und er meinte die Person so, ach, sogar mit Fahne, wie schön. Bist du noch da? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja. Gut. Ich weiß nicht, warum er weg ist, aber dann bleibt, äh, dann, äh, bleibt es jetzt an mir, dass ich sage, ähm, ja, habt noch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch geht's weiterhin gut. Ihr habt eine schöne Vorweihnachtszeit, ähm, möchte mich bedanken für Spenden via Patreon, via PayPal, ähm, via Überweisungen und was wir da alles bekommen von dem einen oder anderen. Kleinen Vieh macht immer, immer, immer auch Mist. Und, ähm, ganz auch herzlichen Dank für die Bestellung über Amazon. Könnt ihr über unseren, äh, über unser Suchfenster gehen und, ähm, dann geht ein kleiner Prozentsatz an uns zur Vorweihnachtszeit. Vielleicht noch die eine oder andere Bestellung mehr. Aber ihr braucht auch gar nichts machen oder uns einen Kommentar schicken. Da freuen wir uns genauso drüber oder einfach Freunden davon erzählen oder was. Egal, wir machen das ja für unseren Spaß und wenn ihr da auch Spaß dran habt, dann umso besser. Also, gehabt euch wohl und bis bald. Tschüss.